Musik 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 Jawoll Musik Jetzt zerkloppt den Stein Musik Musik Ey, hallo! Ich hab auf Spring gedrückt... Ihr Fallpfosten! Slicke doch gegen den Scheiß falschen Stein! Oh nein, schon wieder Ja, ich krieg die Krise mit dem Rotz hier. Jetzt getroffen auf das Dreckfisch. Oh, lecken. Lecken. Einfach nur lecken, Alter. Oh, ne. Oh, wie lange soll der Müll hier noch gehen? Muss ich wieder so eine scheiß Brüderattacke machen? Oh, geht mir das schon wieder auf den Sack hier. Na klar. Oh, leck mich, ey. Kriegt er da überhaupt Schaden? Oh, soll ich hier das noch fünf Jahre machen, oder was? Klar, und Luigi trifft mich da voll voll schnell. Oh, Alter, du gehst mal auf den Sack mit deinem scheiß Stein. Jetzt machen wir mal eine Brüderattacke hier auf das Vieh. Jawohl. Oh, klar, wird einer getroffen, werden sie beide getroffen. Wollte ich jetzt nicht den scheiß Stein vernichten. Jo, ah, fuck, geht nicht. Brüderattacke. Ey, na klar, springe ich einmal, können die nicht mehr springen, oder was? Ey, leck mich. Mäu ist heute voll da. Ja, Luigi, wir sollten bloß einen Pilz fressen, ey. Ja, okay. Ich glaube, ich krieg den Gegner langsam. Ich weiß langsam, was ich zu tun hab. Ja. Oh man, wieso springt ihr voll fast nicht? Wie viel Scheißenergie hat das Vieh noch? Ey, du sollst den verfickten Pils Mario geben. Oh man, wie viel Energie hat denn das Dreck? Wie, man, es geht mal mit Sack hier. Na klar. Oh man. Komm. Hallo Mario, du sollst auf das Vieh springen. Ah, rotzen hohl ey. Oh, jawohl. Gott sei Dank. Ihr habt die Prüfung bestanden und stellt euch neuen Abenteuern. Ja. Du kannst mich mal kreuzweise. Alter, ey, was für ein Mistvieh. Komm ich natürlich nicht rauf. Da wird die Laune gleich besser. So. Und immer besser wird sie die Laune. Bah. Dann sind sie hier drin. Sirup. Bah. Halt. Ah, alles klar. Muss sogar rüberspinnen. Ah, Pils. Blus speichern, ey. So, warte. Warte, um Text. Was ist mal hier? Ah, sehr schön. Da ist die Wasserquelle wieder an. Mhm. Ich stelle es rüberspin. Ja, muss ich. Oh, ihr. Oh, was ist denn das? Dino, oder was ist das? Na klar, wie soll ich denn dem Dino ausweichen? Na klar, er wird immer kleiner. Ist ja genial. Ich glaube, ich weiß. Ich weiß, was ich machen soll. Ähm. Genau. Genau. Ähm. Boah. Was verlangt ihr von mir? Was soll ich jetzt da echt? Wo soll ich denn jetzt eigentlich lang? Hm. Ich glaube. Hm. Komm her, Mario. So. Ich glaube, ich soll hier hinten runter. Genau. Soll ich auch. Gut, gut. Ich will das hier erst haben. Endsirup. Wo soll ich da eigentlich hin? Das ist doch jetzt nicht nur wegen dem Sirup da gewesen. Hier hin? Ich nehme an, ja, ja, ne? So, hier hoch. Sirup. Scheiße, da ist irgendwas in der Luft. Was mir ja nicht gefällt. Klar, den Viechern kann man nicht mal ausweichen. Wenn die noch groß sind. Shit. Ich hätte einen anderen, die nur angreifen sollen. den hier. Deswegen ist eine Chance, ihn noch mal ausweichen. Der ist weg. Ach, stirb einfach nur. Oh, so. So. Oh, Mario, ey. Zu blöd zum Scheißen, ey. Na klar, ey. Lecken, ey. Einfach nur lecken, ja. Den Viechern kann man gar nicht ausweichen, wenn die noch übelst groß sind. Übelst mies hier. Oh, One-Up-Pilz. Sehr wertvoll. Ups. Falsch. Ne. So schon mal gar nicht. Ne, was ist das für ein Schatten, der macht... Der, der... Sorgt für beunruhigen. Ach gut, es ist nur ein Wirbelsturm. Oh, ich sah da gleich komplett rüber. Okay. Dann machen wir das doch. Äh... Okidoki. Ne, schaffen wir... Gar nicht, aber... Ja, gut. Also so schaffen wir es nicht, aber wir schaffen es auf die andere Art und Weise, die mir gerade eingefallen ist. Was nicht diese Art und Weise ist. So, wieder wechseln. Rüber. Rüber. Genau. Jetzt... Nochmal. Genau. So, jetzt haben wir es. Nu, haben wir es. Was ist denn hier? Hm, nix. Okay, hier so das... Spin! Angesagt. Auch nicht so. Was steht denn hier auf dem Schild? Zum Gipfel. Warnung. Wilde Wirbelwinde. Weites Wirbeln gefährdet die Gesundheit. Jo, ich bin mir auch. Kacke. Hä? Zum Beispiel sind der Wirbelsturm da gut. Vielleicht um da rüber zu kommen. Ja. Könnte sein... Boah, lass mich bloß in Ruhe, ey. Pilz. Ich verdrück mich immer. Können doch beide mal einen Pilz vertragen, oder? Ah, Mario hat noch. Okay. Okay. Hau bloß ab.